Musik Heyo Leute, dann mit recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends. Ich spiele heute Lucian ADC. Mit dabei ist der Honey mit Nidalee als Support. Hi Honey. Hi. Ähm, joa, wir haben einen Udi im Jungle, einen Wukong auf der Toplane und eine Popstar Ari in der Mitte. Ari ist premade mit Wukong. Ari Level 22. Ähm, bei den Gegnern ist Kartus premade mit Master Yi. Bei uns ist alles unranked und... Ja, Ari Level 22, Udi 29, Du 28. Bei den Gegnern Vayne 29, Jax 27, Kartus Silber 5. Oh Gott. Yi 22 und Trash 29. Wir sollten öfters so früh spielen. Das sind die Gegner ein bisschen schlechter. Das sind die Teams ausgeglichen, naja, genau. Bei den Gegnern hat keiner mehr wie 200 Wins. Da bin ich dabei... Alter, ich hab am meisten Wins von alle. Danach gleich mal Kartus. Mhm. Ne, okay, ich hab auch bloß 10 mehr wie Kartus. Joa, joa, ich glaube wir haben ein bisschen zu früh angefangen. Jax braucht noch ein bisschen. Ja, der hatte bei mir, wo du angefangen hast beim Intro, ist er bei mir gerade erst erschienen. Oh Mann. Auf jeden Fall hat... Außer Jax und Vayne alles 100%. Tja. Na, ich hoffe die Vayne und der Trash werden nicht zu krass. Ne, ich hoffe so. Trash... Trash und Vayne kann schon richtig nervig werden. Trash zieht dich her, slow dich, Vayne stunt dich. Ah, toll. Dafür bin ich mit meiner Kuh eine weite Range. Ja. Die Vayne hat Flat AD dabei. Oh, aber ich hab mehr. Sie hat 8 AD, ich hab 12,5. Kackbun. Dann hat sie 5 Rüstungen und ich hab... Ah, keine Rüstung. Ich hab keine Rüstung dabei, das gibt's doch nicht. Doch, 2 Rüstungen. Okay. Oh, super. Zwei ist dann drauf. Alter, dafür baut die Ends Defensiv. Leck, ich glaub, die hat irgendwas Tankies dabei. Die baut Ends Defensiv. Und die runen? Ja. Ich bau Ends Offensiv. Nur Angriffsschaden und Angriffsgeschwindigkeit. Leben, Rüstung. Dass sie nicht geslowed wird. Noch mehr Leben. Lebensregeneration, Rüstung, Magieresistenz. Alter. Ich glaub, so ne zweite Runen-Seite bau ich mir auch noch. Irgendwann. Selbst Heilung ist vergrößert. Alter, Ends Defensiv. Ich bau voll offensiv. Ich hab 16, 11, 3 und sie hat 3, 26. Tja. Dafür hab ich noch ein bisschen Mana-Regeneration dabei. Ich hab mich auf ihn mal reingehauen. Alter, jetzt geht das Video schon 3 Minuten und es ist noch nichts passiert. Ja, schuld ist der Jacks da unten. Alles andere hat 100%. Krass. Krass. Krass, krass. Jacks ist ja mal richtig lahm. Ja. Oh, er ist bei 90 angekommen. Respekt. Bei 99 bleibt der eh nochmal stehen. Glaube ich auch. Na, er war 28 schon. 99. Oh, er war gar nicht bei 100. Oh, ich hab's genau gesehen. Ich hab's ganz genau gesehen. Hoffentlich hat er verlassen. Das wär cool. Dann machen wir heute mal ganz ohne Troll. Ein ganz normales Spiel. Es liegt etwas in der Luft. Ein ganz langweiliges Spiel. Langweilig. Wenn's dafür funktioniert. Halt nicht Troll. Wir brauchen nur zwei gewonnene Spiele. Zumindest die davon. Dafür wird's halt im Late-Game dann ein bisschen krasser dieses Mal. War ich voll auf Crit-Bau. Nichts ist gelter. Jungle, Fokus on top. Enemy ist Jacks. Eul halt. Hallo, du bist Wukong. Wukong gegen Jacks. Da muss doch der Jacks gewinnen. Oh, Wukong. Sicherlich sieht ein verschwundener Gegner. Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Kann ich wissen, dass du mit Blue anfängst. Wenn er nicht pingst, du Penner. Blöder U-Dir. Ping, halt, du Idiot. Ach, und jetzt rennt er weg. So, Trottl. So ein Opfer. Tschüss, Honey. Ciao. Er kriegt von mir genau eine Wehe. Das ist schon zu viel Mana. Was kostet mich denn ne Kuh? Was für mich kostet 60 Mana. Das ist gleich mal ein Fünftel. Was für mich kostet 60 Mana. Alter, man kann, man kann, man kann den auf, ähm, auf AP spielen. Das wusste gar nicht. Jetzt müsste es fieh ich gleich kommen, oder? Für sie tot sind. Muss reichen. Wahrscheinlich stirbt er jetzt. Fühlt sich gleich auf. Oder so wie der Yi gestern. Er fängt halt ab, weil ich weiter an. Er bleibt stehen. Hört auf, das Ding zu machen. Ich lasse dir die Minions, okay? Alles klar, danke. Alter, da hier ist, ich will schon wieder rein. Der ist so lästig. Oh, schade. Alter, der Trash geht schon wieder aggressiv. Lutcher Trash. Aha, Minie. Das hat sich zweimal gebotert. Damit hat sie nicht gerechnet. Nein, ich bin hier verpasst. Da ist gewordet. Hab ich gesehen, ich war da im Busch. Ich hab Wayne getroffen, siehst du? Stark. Alter, Minie, geh weg. Ah, ich hab Wayne schon wieder getroffen. Vorsicht. Oh, jetzt hab ich Heal. Aha, Minie, Half-Life. Alter, danke, dass du nicht in Heal triffst. Oh, schade, wie knapp. Der wäre geil gewesen. Egal, ich raste dem Anongreif, sie mal an, okay? Hansgarkov, dass sie kein Spaß haben. Erstes, ich zum Tränen. Brauch 700 Gold. Hallo, hallo. Hi, Vani. Was? Ich bin hofft. Ich bin hofft. Ja, schade. Oh, no way stand off. Alter, die Wayne-Divie. Oh, shit. Schade. Eula. Ich hab mich sehr vergeben. Aha. Ja, jetzt kommt. Prozent nur ein ein Doppel-Auto-Effekt die Gneiter mit sich auf Tod das Wort an die Kacke so wieder so knapp ich sage die Aufmerksamkeit war es bitte und nur da im Standard-Push auf der Top-Land auch viel mehr worden scheiß mir nehmt sich sie sind aber vorsichtig kommen sagt weiter die Götz jetzt ist es nur ein bisschen am Arsch aber er hat versucht werden komme vom Spiel nicht mehr schade das war es gut schade schade ist ausschütteln warum geht der Panner aus nicht mehr das war es kostet mich nichts oder was ich hab null Minions ich stehe null 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 zack alles getroffen eine weht eine Kuh und noch ein Autodeck von mir jetzt wieder eine Kuh um wir wissen was kann meine Kuh schon so und ich will dürfen zu weit weg ihr probenst du die Standort der Schöne gut Tschau! Oh, sogar im eigenen Jungle. Der Yi hat gecounter-Jungle und ist gestorben. So ein Kackler. Geh weg, Vayne. Ich will mal Mana misswacen. Für dich. Ich schon. Ich schon. Ich hab bloß noch 50 Mana. Ich kann keine Attacken mehr machen. Oh mein Gott. Oh, ich hab ihn gekriegt. Der ist schon. Geh weg, Vayne. Geh weg. Oh, ein Limit auf der Kreise. Oh, Marvin, ich müsste Back machen. Alles gleich, ja. Aber mir fehlen noch 100 Gold. Dann bleiben wir noch kurz da. Da ist noch Vayne dran. Also ich mir eine Träne kaufen könnte. Hallo, Vayne. Was? Alter, die healen einfach mal. Ich kann auch healen. Die healen beide! WTF! Die haben beide einen Heal dabei. Na, in ungefähr eine Minute, dann hab ich meine Zeit wieder. Was? Ich hab da extra gedasht. Flash! Komm schon. Na, ich glaub, von raus. Alter! Oh, das ist klar. Was bei denen? Hä? Sie haben einfach mal Endspiele Heals rein und killen uns andere. Oh, ich hab extra für dich geheals. Egal. Dafür krömen sie jetzt hoffentlich. Vayner kein Leben mehr. Die Geister der Vergangenheit. Ist eigentlich schon wieder der Scheiß Udi, hm? Der wird schon wieder nicht kommen. Alter! LOL! LOL! Fuck nein! Nein! Aber das muss sie noch! Der Turm! Der Turm kriegt den Kill! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sieht so aus wie Soraka Eiel. Das ist so schlimm. Also mittlerweile kann ich so zu unterscheiden, aber... Alter! Das erste Mal so. Ich spiele auch irgendein ADC. Und dann kommt diese Ulti. Ich so, uuuh, Soraka Eiel. Und dann so, hä, wir haben doch gar keine Soraka. Und dann so, tot. Cool! Epic Fail. Ha, geh doch weg. Du kannst auch gar nix. Uuuh! So knapp. Sauber. Ich hab meinen Ignite Rino wieder. Pass auf den Kack Trash auf. Sauber. Oh, sehr schön. Toplane läuft sich. Eine weitere Leiche. Alter, der Thresh, der nervt mich. Alter, der Thresh, der. Cool. Geh. Nein! Jetzt hab ich einen Minion gekriegt, weil die Rain noch ganz knapp dahinter gelaufen. Alter! Alter, Marvin! Achtung, Achtung, Achtung! Achtung, da ist ein Ding. Wo? Ein Master Yi in der Ding. Wo denn? Da hab ich nicht gesehen. Ja, da drinnen. Die Rainy baited nur. Da ist ein Master drin. Sag ich doch. Kommst zurück. Alter, die verlieren Leben ohne Ende. Ja, aber wir dürfen nicht zu... greedy gehen. Endlich hab ich Ulti. Sauber. Hat kein Mahner. Ich hab mir extra Tränen gekauft. Fuck. Dreckige Minions. Alter. Ich muss weiter. Das musst du in den Ward platzieren, gell? Was ist da? Äh, ich hol mir Blue bei den Gegnern schneller ab. Er ist gar nicht da. Wayne wollt ihr grad hinterher. Vorsicht, da ist Wayne und Thresh. Bin extra in den Umweg gelaufen. Ich jetzt auch. Haha. Du hast keinen Mund mehr. Du hast keinen Mund mehr. Fuck. Schon wieder Minions. Fuck. Oh. Alter, ich stehe nur eins, so kann das nicht weitergehen. Nee, ich stehe auch nur eins. Oh. Ja, wenigstens Trash noch getroffen. Wenigstens einen. Alter, das läuft gar nicht mal so gut gerade. Obwohl ich versuche anständig zu spielen. Was hat denn die Range an? Hat irgendwas krasses? Ich geh einmal im First Item mit Dingle machen. Ah, hat Thresh. Lord. Alter, die reißen einen Schaden. Alter, ich hab zwei Heels für dich reinkauen. Ja, dafür hätten wir Thresh aber auch was gekriegt. Ja. Ja. Achtung, da ist eine Vane drin. Ja. Das ist in dem Busch. Schau mal schon rein, dann prüfen wir sie. Ja, okay. Sie ist sie schon raus. Sie ist sie nicht mehr drin. Sie ist im vorderen Busch. Da ist auch der Ding drin gewesen. Oh, jetzt hast du gerade einen Minion gekriegt. Oh, jetzt ist sie erst mit dem Ding geflasht. Was? Sie ist geflasht? Ich glaub schon, ich weiß nicht. Ich glaub, die hat eine Kuh gemacht einfach. Alter. Alter. Oder es war eine Kuh, ja. Flaschen wäre da ein bisschen zu hart. Schau nicht so drin. Nein, ja! Hat noch getroffen. Maximale Reichweite. Zehn Sekunden, dann können wir sie Tower-Dyfe. Wann hast du denn hier wieder? Oh, noch nicht. In 180 Sekunden. Alles klar. Ja. Jawoll. Jetzt pushe die Lengen noch ein bisschen raus. Den einen Minion noch. Ein Auto-Attack von dir. Und einer von mir. Nein! Oh, verdammt. Egal. Nein, da war zu wenig. Dann gehen wir noch kurz junglen, dann gehen wir weg. Ja. Ah, fehlt ein Thresh. Ein Gegner wurde getrunken. Dankeschön. Und... Back. Hecarino. Shrash geht auch auf... äh... Full-Support-Defensivbild. Soll ich mal schauen, was ich mir kauf. Was nächstes. Jau. Also bei mir... Zunias. Bei mir wird's... ein Blutlöster. Und es wird sogar sofort ein Blutlöster, weil ich mein Dorans verkauf. Okay, gut. Ah, da bleib ich noch kurz in der Waze. Aha, ich hab's wieder reingehielt. Du nicht. Hä, pass mal auf. Ja, da musst du jetzt aber Mana wasten. Oh Gott, ganz schlimm. Meine Träne hat mich schon fast wieder aufgefüllt, weißt du das? Alter. Nein. Voll... volles Leben. Und gleich volles Norma. Ja, noch nicht ganz. Also du hast fast lauter blaue Items. Fast. Stimmt. Weil schießen Sie das wohl nach vorne ab. Vorsicht, die kommen von der Seite. Das Ding hat sich da hin gezogen. Wainy. Die kommen von oben. Ja. Unten. Oder? Alter, ich hab einen Bluetooth jetzt gleich voll. Die Hälfte hab ich schon. Was? Alter. Achtung. Ja, krieg sie, krieg sie, krieg sie. Nein. Nicht dein Ernst. Im Busch, im Busch. Wo ist die? Ich seh sie nicht. Oh mein Gott. Ja, wenigstens etwas. Kriegst du ihn noch? Alter. 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 Wie jetzt? Nein. Ah, wie knapp. Oh Gott. Leck. So ein Müll. Schade. Stich 021. Oh Gott. Ich glaube ich brauche hier auch eine Träne, hier. So. Halt. Ich habe viel Tranks noch, damit ich so eine Aktion das nächste Mal überlebe. Alter, wie knapp. Da hat er aber auch irgendwann ein bisschen zu viel Damage gerissen. Alles kann ich auch nicht weg tanken. Aber fast kein Leben. Jeder Schuss, ein Treff. Miet, der braucht Hilfe. Gut, ihr. Hör auf zu Dragonen. Komm, ich stele ihm den jetzt eh ein bisschen. Ich habe ihn. Bitte. Mit Ansage geklaut. Oh mein Gott. Alter, Anio, auf zu Barmen. Das so, ja, du warst nicht da. Alter, ich habe gerade den Dragon mit Ansage geklaut. Alter, wie geil. Das Video muss hoch. Das ist so episch. Alter, wie geil. Ich so, ja, jetzt liegen die episch. Schmeißte eine YOLO-W rein und... Oh, es ist ein Trash. Na, es ist komplett. Wo ist er denn? Na, schon. Nicht bei mir. Aha. Oh, ich könnte auch drüber flashen, aber ich will nicht. Ich habe nicht geflasht. Ich habe GW, äh, GE. Oh, nicht gut. Ich muss weiter. Alter. Zwei Schüsse, dann ist so ein Minion kaputt. Oh, oh. Kein Minion da. Es ist etwas in der Luft. Schade. Wo kommen unsere Minions? Nein, endlich. Vorsicht, nie. Der hat er gleich mit ihm. Nein. Oida, 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 oida. Achtung. LOL. Er hat seine Ulti gefällt. Okay. Nicht gut. Ich spiel mich gleich mal. Ich habe auch noch nie hier. Oh mein Gott. Alter. Mach Tiger und spring. Mach Tiger und spring. Nein. Das wäre sinnvoller. LOL. LOL. Kack, boon. Soll ich dir noch helfen? Nee, geh du lieber back. Das kann ich wieder hochhealen. Ach so. Alles, alle 10 Sekunden heal. Tja. Alle holen sie Heals und... ...Lasherinos. Oh, ich habe einen Kill. Sehr schön. Nichts ist der, das ist der. Nein. Oh, ich habe nicht gekriegt. Alter, der geht ja ab. Oh, schade. Der hat jetzt einen Schaden gerissen. Der hat jetzt einen Schaden gerissen. Ja. Das darfst du mit einer Kuh helfen. Das glaube ich reicht. Schön. Crash kommt, Vorsicht. Und Wayne. Gehen wir, wie ich mich hochheulen kann. Ja, schauen wir mal Mitte, würde ich sagen. Ich muss meine Träne ja noch ein bisschen vollstacken. Oh, mein Leben ist so geil. Oh, so knapp. Ich brauche auch ein Kill. Warum fragt mich da keiner? Nein, ich gehe da ab. Trash, Trash, Wayne. Oh mein Gott, Marvin, Marvin. Ich stirbe, Marvin, lauf. Was, was? Was, wie viele? Oh, was, wer? Unsere Lane. Alles klar. Ich bin tot. Und mir fehlen noch genau so 100 verkackte Gold. Bis zu dem scheiß super großen Stab. Alter. Ari, hilf mir doch. Leu, wie geil. Alter, Ari, der war geil. Der, der war geil. Warte, warte. Komm, Udi. 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 Let's go, let's go. Oui, da reißt die Schaden. Bist du tot? Nein. Ich bin ja gerade in der Base. Ich muss noch schnell 20 Gold warten, dass ich mir den übergroßen Stab kaufen kann. Also jetzt hat es noch 20 Gold. 10 Gold. 5. Alter, der reißt ernst den krassen Schaden. Was hat der denn jetzt? Gar nichts, nur ein leeren Stab. Die Geister der Vergangenheit. Ich komme wieder. Krass, und ich gehe. Los, steh wieder auf. Halt. Du hast keinen Mund. Du hast keinen Mund. Gut, ich hab' rausgehen. Schade. Aaaaah! Oh Mist! Aha. Lol, Alter, der weniger... Nach ihm! Alter, haben die beide wenig Leben! Aaaaah! Okay. Ist der winning, das z.o. läuft? Warum hast du so wenig Mana? Ich hab schon ne Träne, aber, keine Ahnung. Jawoll! Alter, schau mal sein Leben an! Sehr schön. Was, du hast dich mal in Assis gekriegt, obwohl du mich gebliebt hast? Das versteh ich jetzt aber nicht. Gut Job. Vorsicht, Thresh! Trash of Vein. Sees. Aha. Wo ist das, Baby? No! Easy. Come on, let's do it, do it. Alter! Hilf mir! Was? Sehr schön. Gigi. Good Job. Ich glaub, es funktioniert wirklich, wenn man bei nicht trollt, dass man einen Winstank gewinnt. Die Gegner waren jetzt auch nicht so... Die waren krass, aber... Aha. Da. Alter, wir haben doppelt so viele Kills wie die Gegner. Und ich steh... 4-2. Ich steh positiv. Blue-Buff, please. Thank you. Ich auch, oder was? Du nicht. Äh, nicht. Nein, ich hab fragt, wie ich dir helfen soll. Nein, ich hab fragt, wie ich dir helfen soll. Ah, ich schau. Zonias hab ich jetzt. Ich schlafe, wenn sie tot sind. Ich schlafe, wenn sie tot sind. Da kommt alles, gell? Na, da ist viel. Aha. Kommst du raus? Alter, ich bin wieder reingegangen. Warum denn? Keine Ahnung. Weil... Ja, ihr kriegt das auch noch alle. Sie killt? Ja, na. Ich komme. Nein. Das ist so ein mischtiger Kartus. Wo ist die? Da vorne. Vor dir. Ich will nicht hineiten. LOL. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass das reicht. Komm, die Tower. Ich komm gleich. Ich bin hinter dir. Ich hätte nicht gedacht, dass das reicht. Leck. Was? Mach doch den Tower nicht alleine. Schon wieder alleine. Okay, jetzt machen wir. Ja, schön. Ja, gut. Wie knapp. Hier ist da. Alles bemessen. Hier ist da. Nein. Lauf weg. Oh Gott, lauf. Yo, yo, yo. Ich wusste gar nicht, dass ich flashen kann. Alter, greif' den an. Ich hör' den ja an. Das ist nicht so gut. Jetzt mach' ihn, mach' ihn! Alter, der er flasht. Lass ihn! Mach' ihn nicht. Ich will ihn nicht. Nein, ich will ihn jetzt aber. Alter, wey'n ihn. Lass' den wey'n auch noch. Ah. Was? ahaha was lol der gelände ab die gehen alle alle Ends ab ich stehe 044 Morven sauber Jawoll Alter, der geht ab Das ist ja ein Kassler Ist zu gut Ents gut Jawoll, legendär LOL LEGENDÄR Alter, ich muss hier raus Ich tanke grad No, ich sterb Alter, Leute Ah, grad wo ich nen Heel auf dich gemacht hab Na egal Kein Problem Halb so wild würde ich sagen Das wird alles noch Ich kauf mir erstmal Schuhe Ich hab nämlich noch nicht mal Schuhe Sehr schön Aber ich bin dafür noch gestorben Ich glaub ich hatte grad 8k Gold Ich hatte grad 8k Gold oder so Oh, jetzt kriegt das ihr alle noch Gegnerische Doppeltöter Ja, jetzt mach der Ulti und dann wär ich tot Alter Ich hatte grad irgendwie 8k Gold oder so Echt das? Ja, das Schau mal meine Items an Davor hatte ich nen Blutdöster Schau mal jetzt Ich hatte nen Blutdöster Hehehe Drei Items mehr Vier Items einfach gekauft Ah, die Schuhe auch raus? Ja Ich hatte davor nur Leder Schuhe Alter Alter, jetzt fliegt der Minion Also Lol, ich hab ein Minion von den ganzen geklebt Schau mal jetzt ein Blutdöster Hör 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 LOLL Sau geil Wir müssen da den Ding machen Hör Von hinten kommen ein paar Und die ihn krägt Oh Leute Alter Vany Stirb doch Drei Sekunden, dann ist die tot. Ja. Zauber. Rausch. Ja, den Ding machen. Sehr gut. Zwar ein Minion, aber ein P. Absolut. Toll, da ist ein P. Sauber und gewonnen. Sehr schön, geiles Game. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.